Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute stelle ich euch aus der Reihe der Hometrainings mal die Variante vor, für Leute, die etwas mehr ausgeben wollen, aber vor allem ihr Training regelmäßig zuhause stattfinden lassen wollen und vor allem ein komplettes Fitnessstudio zuhause integrieren möchten. Und das mit einer sehr platzsparenden Lösung. In den anderen Videos der Reihe ging es um Terrabänder und den Einsatz davon, das ist natürlich sehr kostengünstig und man kann schon wirklich viel damit machen. Kurzhanteln, die man zuhause haben muss und das ganze natürlich immer erweitern. Hat man noch eine Bank dazu? Toll, kann man die noch verstellen? Toll. Jetzt sind wir so ziemlich am Ende angelangt, alles danach ist ein kleines Fitnessstudio zuhause, da muss ich jetzt nicht auch noch drüber reden, außer ihr wollt das, schreibt es in die Kommentare, welche Maschinen dafür man haben sollte. Jetzt geht es aber um diese kompakte Lösung und das ganze kann ich euch präsentieren mit Speedians, den Gym Monster. Die Anfrage wurde gestellt und ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen, um es euch mal zu zeigen. Das ist ein Smart Gym und das werde ich euch jetzt im Video mal zeigen, was es damit auf sich hat und was so toll daran ist und es gibt ein paar Überraschungen, die selbst für mich wirklich überraschend waren. Ich hätte nicht gedacht, dass das in so einer Lösung drin ist, denn ich denke mir immer wieder als fortgeschrittener Bodybuilder, der sonst mit 50 Kilo Handeln um sich wirft und höhere Gewichte benutzt und ein ganzes Studio benötigt, um sein Training zu gestalten, werde ich mit so etwas nicht auskommen. Das ist wahrscheinlich eher was für die unter 60 Kilo Fraktion, die gerne mal zu Hause ein bisschen Aerobik macht. Geirrt. Ich habe das Ganze jetzt mal mit Maip zusammen zwei Wochen lang getestet, hier in meinem Büro und normalerweise würde ich so etwas wie in Unboxing immer rauslassen, weil ich das jetzt uninteressant dafür finde. Hier gibt es aber sehr interessante Aspekte, die auch für euch interessant sein werden. Deswegen sehen wir uns jetzt erst einmal das Unboxing an. Wie wird das Ganze angeliefert, anschließend aufgebaut und installiert, vor allem wie schnell das geht. Das sieht aus, als wäre ein Sarg angeliefert worden. Wir werden es gleich mal auspacken. Mal sehen, wie schnell wir das aufbauen können und ihr erlebt das Ganze live mit. Ich habe dazu etwas unheimlich Geniales mitgebracht, mit dem wir das sicherlich wesentlich besser schaffen. Das ist eine Idee von mir. Ein Teppichmesser. This side up. Das heißt, wir müssen das aufstellen, aber dann steht es so falsch, aber dann drehen wir das rum. Aber jetzt müssen wir erstmal, glaube ich, die Ränder entfernen. Machen wir zumindest schon mal die Folie ab. Ist gar nicht so schwer. Was machen wir denn jetzt mit der Palette? Mache ich ein Bett draus. Du machst das sonst mit einer Machete, ne? Sieht aus wie eine Bank. Ich entlüfte. Das sind dir wahrscheinlich die ersten Gewichte. Okay. So, und jetzt sehen wir hier noch viele Einzelteile. Hier haben wir schon mal eine Stange. Die Griffe. Ja. Ein Seite. Oh, das wirkt richtig gut stabil. Die Dödelrolle. Die Nackenrolle. Tun wir das mal an die Wand. Ich glaube, so ist es immer gut, um es an die Wand zu lehnen. Dafür sind die da. Ja. Das ist jetzt schon wirklich aufgestellt. Wir bauen es jetzt noch gemeinsam auf, aber ihr müsst nichts montieren. Kein Schrauben, kein Verankern, keine Wandmontage wie für einen Bildschirm oder so etwas. Alles nicht nötig. Hier muss also nicht gedübelt werden. Das Ding ist jetzt out of the box ready so. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 12 Minuten, 13 Minuten? Also wenn ihr mal richtig schnell merkt, Mist, ich muss morgen Arme trainieren und ich komme nicht mehr dazu. Solange die schnell genug liefern, einfach liefern lassen und ihr habt die Armeinhalb 15 Minuten später. Booster nehmen. Unboxing. Dann könnt ihr trainieren. Genau in dem 30 Minuten Radius. So, die Bank aufzubauen hat jetzt nochmal vier Minuten gedauert. Ging auch ziemlich schnell. Ich muss dazu sagen, wir bauen das jetzt auf und haben uns keine Anleitung durchgelesen, kein YouTube Video dazu angeschaut. Wir machen es einfach. Das zeigt euch aber gleichzeitig, wie intuitiv das Ganze möglich ist. Außer wir fällen jetzt so sehr, dann merkt ihr, wie wenig intuitiv das möglich ist. Und es wird ausgeklappt. Uuuuh. Intuitiv erschlossen. Matte. Oh, die ist magnetisch. Damn. Damn. So, aber jetzt werden wir mal die Kameraperspektive wechseln, nämlich... Wumm. So, das sollte eigentlich hinhauen. Jetzt sieht man hier den ganzen Kross. Weil du so ein guter Freund von mir bist, darfst du das Ganze, was das hier smart macht, zumindest das Herz der Smartness, entlüften. Äh, 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 äh. Kommt der Effekt eigentlich cool, wenn wir es noch nicht am Strom angeschlossen haben? Oh. Ja. Ich höre... Wuuuh. So, und da stehen wir nun und hier ist das Gerät. Es nimmt tatsächlich weniger als einen halben Quadratmeter ein und bietet so ziemlich ein kleines Fitnessstudio. Nicht umsonst heißt das Gym Monster und ja, das wird dem Namen gerecht. So viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber das Fazit bekommt ihr noch. Und vor allem freut euch auf ein paar Dinge, die selbst für Hardcore Bodybuilder, also ich rede von den wirklich schweren Jungs, die das Doppelte sind von mir, selbst für die wirklich ein Game Changer sind. Das ganze Gerät ist so kompakt und flexibel, dass man es einfach hinrollen kann, wo man möchte. Es ist nirgendwo befestigt und arretiert. Aufgepasst. Das bringt natürlich auch einen kleinen Nachteil mit sich. Aber vor allem, finde ich, der Vorteil hier ist es, dass es so flexibel ist. Einfach wegschieben. Man kann es sogar irgendwo hinter einer Tür verstauen, wo man sonst einen Staubsauger hin tut. Wieder rausbringen und da hinstellen. Oder einfach schick in der Ecke stehen lassen. Hier haben wir dann die große Bodenklappe, die man runterklappen kann. Und dafür haben wir auch noch, wo habe ich es, diese Matte. Dann wird das Ganze auch noch rutschfest und sieht schöner aus. Außerdem hat man hier ein schönes Zielkreuz drauf. Danach kann man sich ein bisschen orientieren. Und im Herzen haben wir natürlich dann den Screen. Das bedeutet, ich schalte das jetzt mal an, das ist das Interface und ihr seht schon, hier bewegt sich alles. Von hier aus, das ist die Zentrale, wird alles gesteuert. Auch das Gewicht, denn wir haben hier elektronisches Gewicht. Und das bringt uns zu den tollsten Features von dem Gerät, auf die ich mich nicht nur im Vorfeld gefreut habe, sondern die wirklich besser wurden, als ich sie gedacht hätte. Hier habt ihr dann die Kabel, an denen alles befestigt wird. Das geht ganz einfach mit einem Klicksystem. So, hier, da habt ihr das Ganze. Ihr drückt hier nur auf den Knopf, klingt es rein, wahnsinnig unkompliziert. Und könnt das dann anschließend benutzen. Das ist jetzt die leichte Variante. Hier könnt ihr das, wie ihr es von einem Kabeltower gewohnt seid, verstellen, von oben nach unten. Und, das vielleicht Wichtigste dabei, einfach rausnehmen und hier unten befestigen. Und dann könnt ihr das Ganze von unten benutzen. So, dass ihr im Prinzip zwei Winkel habt, beziehungsweise noch mehr hier variieren könnt. Und auch das ist sehr unkompliziert, leicht und fühlt sich recht hochwertig an. Und mit dazu natürlich die ganze Ausstattung. Das bedeutet, was ihr gerade schon gesehen habt, ihr habt die beiden Griffe, mit denen man wahrscheinlich so ziemlich das meiste macht. Aber wir haben auch eine Langhantel, die man natürlich an beiden Enden befestigen kann. Auch die fühlt sich recht hochwertig an. Obligatorisch, das Seil muss dabei sein. Auch das in einer schönen Qualität. Ihr bekommt hier noch eine Halterung, mit der man natürlich eine ganze Menge machen kann. Das Erste, was uns einfällt, ist, das an den Fußgelenken festzumachen, um isolierter den Beinbizeps oder sogar den Quadrizeps zu trainieren. Auch wenn das jetzt weniger meine Variante ist. Aber auch, um die Unterarmmuskulatur rauszuhalten, wenn man teilweise den Bizeps oder die Schultern trainiert. Als Bonus haben wir noch eine Nackenrolle dabei. Klar, für so etwas wie Kniebeugen und dergleichen. Ein dickes Polster. Wer damit zurechtkommt, eine gute Sache. Ihr habt mehrere Befestigungsmöglichkeiten, Ersatzbefestigungsmöglichkeiten, mit denen ihr auch herkömmliches Equipment, das ihr da draußen findet, mit Hilfe eines Karabiners natürlich benutzen könnt. Das heißt, alles, was man da draußen angegriffen hat, könnt ihr auch dann letzten Endes da dran machen, mit diesen Ersatzdingern. Und als kleines Extra, aber dazu komme ich noch später, habe ich mir diese Bankdrückhalterungen besorgt. Die hakt man einfach hier oben ein und dann kann man die Stange absetzen. Sicherlich für diejenigen, die Bankdrücken ein bisschen ernster nehmen, eine wichtige Sache. Und ein weiteres Highlight ist dieser Bluetooth-Ring. In der neuesten Version des Geräts ist dieser dabei. Und der verbindet sich mit der Maschine und ich habe schon angekündigt, es ist elektronisches Gewicht. Das hier mit Hilfe von Magneten, dazu kommen wir später noch, die Gewichte erreicht, den Widerstand aufbaut. Und hiermit kann man das Ganze an- und ausschalten. Das heißt, man macht es eigentlich nur an den Finger fest, kann es dann mit den Daumen drücken und das Gewicht wird aufgebaut. Unheimlich praktisch, weil man das dann natürlich nicht von Anfang an machen muss. Man kann in seine Ausgangsposition gehen und deswegen ein kleines Highlight. Und natürlich nicht zu vergessen, es kommt auch mit einer soliden Bank. Diese Bank ist nicht dazu fähig, das ist ganz wichtig zu wissen, dass man sie in die Schräglage verstellen kann. Dafür müsste man eine Extrabank holen. Es wäre natürlich schön, wenn das von Anfang an mitkommen würde mit einer Schrägbank. Denn letzten Endes, selbst wenn man die dann dazu holt, dann hat man noch so eine Bank irgendwo rumliegen. Und das ist eigentlich unnötig. Warum nicht gleich so? Der allererste Eindruck der Qualität von allem ist überraschend gut. Denn ich habe auch bei so All-in-One-Lösungen erwartet, dass sie recht günstig produziert sind. Aber sowohl die Arretierungen als auch das ganze Zubehörequipment wirkt recht hochwertig. Einzig bei den Handgriffen, da handelt es sich um Plastik. Bin mal gespannt, wie lange das wirklich hält. Das hätte natürlich auch Metall sein können. Aber alles andere ist solide, schwer und recht gut verbaut. Und vor allem fühlt es sich trotzdem sehr locker an. Doch dazu kommen wir auch später noch. Vor allem der Screen wirkt wirklich strahlend hell. Touchscreen ist wirklich gut und der macht wirklich Freude. Das ist wahrlich das Herzstück von dem Ganzen. Jetzt an dieser Stelle möchte ich es mir aber nicht nehmen lassen. Und mal die krassesten Features vorwegnehmen, bevor wir dann weiter nach Plan vorgehen. Zum einen natürlich das Interface. Ich finde es selbst sehr toll, als jemand, der sehr gerne nach Statistiken geht und seinen Trainingsfortschritt sieht. Und wie ihr wisst, selbst immer wieder in einem Trainingstagebuch etwas schreibt. Ist das für mich natürlich Gold wert, dass ich meinen gesamten Trainingsfortschritt hier sehen kann. Wie lange habe ich trainiert? Auf die Minute genau. Wie viel Gewicht habe ich bewegt? Das ist so ziemlich meine Lieblingsanzeige. Einfach nur zu wissen, ich habe zwölf Tonnen bewegt im Training. Hammer. Vor allem motiviert das beim nächsten Mal einfach nochmal, wenn es auch nur ein Kilo ist, mehr bewegt zu haben. Richtig cool. Aber hier sieht man natürlich auch, wann man was gemacht hat, wie man trainiert hat und kann auf das einzelne Training noch zugehen. Fürs Tracking wirklich der Hammer. Und natürlich haben wir hier für alle Leute, die weniger im Bodybuilding, im Fitnesssport, im Kraftsport drin sind, alles Mögliche an vorgefertigten Trainings, die ebenfalls hochwertig aussehen, die man einfach nachtrainieren kann, die ganzen Übungen findet, nur auf Start drücken muss und das nachtrainieren. Das ist wirklich toll. Das heißt, vom sehr fortgeschrittenen Bodybuilder, der genau weiß, welche Übungen er machen möchte und wie man diese macht, der das Gerät auf seine Weise nutzen kann, bis hin zu jemanden, dann anschließend geht vielleicht der Partner daran, egal ob es Mann oder Frau ist. Und diese Person kann dann da auch einfach trainieren als Nicht-Trainingsfortgeschrittener. Einfach den Anleitungen folgen. Eine tolle Sache. Aber für mich das absolut krasseste Highlight ist das, wo meine Fantasie mit mir durchbrennt und was ich mir als Bodybuilder schon eigentlich immer gewünscht habe. Und das liegt eher in der Technik. Nämlich, dass es elektronisches Gewicht ist. Heißt elektronisch erzeugter Widerstand. Hier sind keine 50 Kilo beziehungsweise 100 Kilo Gewichtsscheiben drin. Denn jedes dieser Bänder kann man mit sage und schreibe 50 Kilo belasten. Jetzt fühlt sich das sehr leicht an. Das ist ein Widerstand von vielleicht schätzungsweise 2-3 Kilo. Aber auf Knopfdruck kann das Gewicht dazu geschaltet werden. Und das sieht man hier. Wir können hier auf das Kilo genau einstellen, was wir haben möchten. Bis zu 50 Kilo. 33, 31, 25. Und dann einfach einschalten und das Kabel fängt an zu ziehen. So lange, bis wir dieses Gewicht erreicht haben. Wahnsinn. Daraus ergeben sich so viele Möglichkeiten und Spielereien. Und das ist für mich der wahre Segen hierbei. Ich bin schon gespannt, ob die Erfahrenen unter euch direkt genauso wie ich anfangen zu fantasieren, was man damit alles machen kann. Schreibt es gerne auch schon mal in die Kommentare. Jetzt gehen wir wieder nach Plan weiter. Gehen wir vielleicht mal ganz kurz darauf ein, für wen dieses Gerät überhaupt etwas ist. Zunächst einmal wahrscheinlich die, die es am meisten anspricht. Alle Leute, die regelmäßig zu Hause oder nur zu Hause ihr Fitnesstraining machen möchten. Die haben hier alle Möglichkeiten, alle Muskelgruppen zu trainieren. Auch dazu kommen wir später noch und gehen ein bisschen ins Detail. Die, die sich fit halten wollen, die, die zu Hause einfach nur irgendetwas machen wollen, gar keine Lust haben, ins Fitnessstudio zu gehen oder auch nicht die Zeit. Hinstellen, ausklappen, anfangen. Das ist das Tolle daran. Und da auch sehr gerne Trainingsanfänger, die einfach nur nachtrainieren können, was dort zu finden ist und sich dadurch reinfuchsen. Und die können das viele Jahre benutzen. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Zielgruppe, die für mich sehr überraschend ist. Auch Bodybuilder. Leute, die es wirklich drauf anlegen, vor allem wahrscheinlich Männer, richtig, richtig Kraft aufzubauen. Richtig Muskelmasse aufzubauen, wie in einem Fitnessstudio. Dadurch, dass hier 50 Kilo pro Seite drankommen und es fühlt sich teilweise sogar ein bisschen mehr an. Denn wenn ich hier mit Bankdrücken mache, mit der Langhantel und 50 Kilo pro Seite dran sind, fängt die Zitterpartie an. Das ist wirklich großartig. Aber gerade für die Arme, für die Schultern, auch für fortgeschrittenste Bodybuilder natürlich etwas. Weil nur wenige bewegen die 50 Kilo Handpil sauber. Also auch da, wenn man mal zu Hause eine Trainingseinheit damit einlegen möchte, super. Plus, dieses Gerät hat eben durch das elektronische Gewicht was ganz Besonderes zu bieten, was es auch in Fitnessstudios nicht gibt. Das heißt, die ganze Spannbreite von Anfängern bis Fortgeschrittene ist abgedeckt. Allerdings natürlich trotzdem mit ein paar Einschränkungen. Denn gerade so etwas wie Beine und Rücken, die sind so komplex, das kann nicht ein ganzes Fitnessstudio natürlich ersetzen. Bestenfalls mal einzelne Trainingseinheiten, damit man trotzdem ein bisschen was macht. Aber für Fortgeschrittene ist das 360 Grad Training damit bei den großen Muskelgruppen sicherlich nicht so gut möglich. Und auch bei der Brust gibt es Einschränkungen. Und da ihr da so viele Informationen drin habt, müsst ihr gar nicht mehr großartig auch als Anfänger und Gelegenheitstrainierende und Fitnesssportler viel YouTube-Videos konsumieren, wie man das Ganze macht. Nein, es ist alles da drin. Und natürlich Motivation. Für die Motivation ist es auch wirklich toll, für diejenigen, die sich schwer tun, allein deswegen ins Fitnessstudio zu gehen. Ihr habt hier ein hochwertiges Gerät, es macht Spaß daran zu trainieren und ihr kriegt eure Trainingsfortschritte mit. Auch das habt ihr nicht im Studio. Wenn ihr euch also generell etwas schwerer tut mit dem Sport oder Leute dafür kennt, die können das zu Hause einfach ausklappen und wissen, beim nächsten Mal zwei Kilo mehr, drei Kilo mehr und die Kurve muss immer nach oben gehen. Das motiviert schon ordentlich. Kommen wir kurz dazu, wie das Ganze funktioniert. Ist nämlich auch ganz interessant. Ich habe schon mehrmals davon gesprochen, dass es elektronisches Gewicht hier drin gibt. Das bedeutet, es wird über Magnete elektronisch ein Gewicht, ein Widerstand eingestellt, mit dem ihr dann anschließend trainieren könnt. Das könnt ihr ein- und ausschalten, wodurch sich eine ganze Menge interessante Optionen ergeben. Grundsätzlich ist das aber die große Stärke, weil diese Maschine geht ganz leicht zu bewegen. Ihr rollt sie einfach weg und habt keine 100 Kilo da drin. Keine Sorge, das kann wirklich jeder einfach nur wegrollen. Hier aber ein kleiner Warnhinweis. Dadurch, dass es nicht befestigt ist und man dadurch eine maximale Flexibilität hat, die ich als großes Plus empfinde, gibt es aber auch natürlich etwas Negatives. Denn, wenn man mal nicht darauf achtet und sich seitlich hinstellt, also nicht auf dem Gerät selbst, und dann seitlich mal hier dran zieht, dann kann es passieren, dass man das Gerät mal eben zu sich kippt. Da müsst ihr sehr drauf aufpassen. Stellt euch wirklich immer drauf und macht das von dort. Sich mal seitlich daneben zu stellen und zum Beispiel für die Brust etwas zu machen und hier dran zu ziehen mit etwas Gewicht, dann habt ihr das Gerät ganz schnell in der Hand. Das ist natürlich der Nachteil davon, wenn es nicht befestigt ist, kann man aber sehr gut umgehen. Mit der Option an Übungen, die ihr hier macht, geht das alles, dass ihr einfach nur auf der Platte stehen müsst. Und hier kann ich auch noch den Tipp geben, seid kreativ. Umso besser ihr euch natürlich auch auskennt und die Maschinen in eurem Homegym kennt, umso mehr könnt ihr hier natürlich versuchen, genau das nachzumachen. Jeder weiß, wie Ruderübungen funktionieren. Stellt es so ein, dass ihr eure Ruderübungen macht. Für all diejenigen, die das eben nicht wissen, gibt es hier alle Trainingseinheiten, die man machen kann im Überblick, alle Bewegungen, die man machen kann. Hier findet ihr wirklich alles. Nach Rücken, nach Hit, nach Aufwärmen, nach Körpergewicht, alles geordnet. Ihr klickt es einfach an und es wird euch gezeigt. Wir waren gerade bei einer Rückenübung. Ihr seht, man klickt jetzt hier einfach nur drauf. Hier könnt ihr jetzt einfach auf Anfang drücken und dann geht es. Damit sind wir schon eigentlich sehr weit in dem nächsten Kapitel drin, dem Interface. Aber so funktioniert im Prinzip dieses ganze Gym-Monster, das ganze Trainingsgerät. Und damit kommen wir auch schon zum Interface. Was bietet das Interface alles? Ihr habt zunächst, wenn ihr euch hier anmeldet, gebt ihr eure persönlichen Daten ein. Das bedeutet Körpergewicht, Körpergröße, Mann, Frau und ihr macht sogar einen Test mit dem Trainingsfortschritt. Er testet erstmal, wie kräftig ihr überhaupt seid in den einzelnen Regionen. Ihr macht die Übungen und könnt dadurch natürlich ganz genau sehen, wo ihr steht. Und die Maschine weiß es auch. Bildschirmhelligkeit, Audio, Hintergrundmusik, könnt ihr alles ein- und ausstellen. Ihr könnt es natürlich mit dem Internet verbinden, damit ihr auch regelmäßig Updates bekommt. Auch das eine wichtige Sache. Im Moment erfolgen noch regelmäßig Updates und ihr habt wieder neue Trainingseinheiten da drauf und Verbesserungen. Was auch ebenfalls ein sehr großes Plus ist. Hier oben sieht man dann eben meine persönlichen Daten, die ihr hier alle noch eintragen könnt. Und dann könnt ihr hier natürlich die Workouts der Woche machen. Ob es jetzt ein Brustprogramm sein soll, ein Rückenprogramm sein soll oder ein Ganzkörpertraining. Alles findet sich hier drin. Ansonsten geht ihr auch gerne einfach nur auf den freien Aufzug. Das ist für die Leute, die genau wissen, was sie machen möchten. Das trifft eher auf mich zu. Wenn ich heute die Arme trainieren möchte, gehe ich auf freier Aufzug, stelle mein Gewicht ein, habe hier die ganzen verschiedenen Modi, zu denen wir noch kommen werden und kann dann einfach loslegen. Und hier seht ihr schon den Teil, den ich schon mehrmals angekündigt habe, der es wirklich interessant macht bei dem Gewichtsmodus. Könnt ihr hier verschiedene einstellen, die natürlich mit dem elektronischen Gewicht spielen und damit Möglichkeiten geben, die ein ganzes Fitnessstudio, das perfekt ausgestattet ist, nicht hat. Hier könnt ihr auch einen Spotter einstellen. Spotter Off 1 und 2. Das bedeutet, wenn die Maschine merkt, ihr kommt nicht weiter bei Bizeps Curts zum Beispiel, egal bei welcher Übung, dann macht er das Gewicht ein bisschen leichter. Im Prinzip das, was ein Trainingspartner machen würde. Er hilft ein bisschen, sodass ihr gerade weiterkommt. Und hier habt ihr wirklich einen tollen Spotter. Denn ihr kennt wahrscheinlich die Spotter, die ihr am liebsten danach erwürgen würdet, die euch entweder zu viel abnehmen oder kaum helfen. Der hier hilft gerade so viel weiter, dass ihr weiter hochkommt. Eine super Sache. Aber vor allem bei dem Gewichtsmodus habt ihr sowas wie Kette. Und ihr wisst, wenn ihr eine Kette irgendwo befestigt, dann wird das Gewicht, sobald es runterkommt in der negativen, immer leichter. Die Kette kommt auf den Boden auf und dadurch wird euch immer mehr Gewicht abgenommen. Und umso weiter ihr in die Spitzenkontraktionen geht, desto schwerer wird das Ganze. Aber wesentlich interessanter finde ich noch den Exzenter. Der sorgt dafür, dass ihr etwas macht, was ich einmal auf der FIBO gesehen habe und wahnsinnig begeistert war. Ihr wisst alle, dass ihr bei der negativen, das heißt, wenn ihr das Gewicht nur nachlasst, natürlich viel mehr Gewicht bewältigen könnt. Gewicht sogar, dass ihr positiv gar nicht schaffen würdet, aber dadurch dann eben einfach nur nachlassen müsst. Und dann könnt ihr mehr bewegen. Im obersten Punkt geht es bei dieser Einstellung nämlich so, dass dann Gewicht dazugeschaltet wird. Ihr müsst dann quasi runterlassen, das Gewicht wird wieder reduziert und macht die positive. Den Pump meines Lebens gehabt. Und jetzt gehen wir mal endlich ans Eingemachte, vielleicht zum wichtigsten Kapitel. Was kann man hiermit nun tatsächlich alles machen? Zunächst einmal natürlich alle Muskelgruppen können hiermit trainiert werden. Beine, Rücken, Brust, Bizeps, Trizeps, Schultern, alles. Dadurch, dass ihr die Kabel hier von der Seite ziehen könnt und von unten ist das alles möglich. Natürlich braucht man bei manchen Sachen ein bisschen mehr Fantasie und muss ein bisschen mehr improvisieren. Dennoch ist grundsätzlich erst einmal alles damit möglich. Wie schon öfters erwähnt, überraschend ist, dass hier auch wirklich fortgeschrittene Bodybuilder einen Trainingsreiz setzen können. Gerade bei den kleinen Muskelgruppen reicht das dicke aus. Wenn euch das interessieren sollte, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob noch ein Video folgen soll, wo ich von Anfänger bis Fortgeschrittene mal alles einteile, was man damit am besten machen kann und was weniger. Dann kann damit noch eine ausführliche Version folgen. Und jetzt einmal im Schnelldurchlauf, welche Übungen alle möglich sind. Musik 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 Und damit gerne nochmal kurz zu einer Bewertung, gerade für fortgeschrittene Bodybuilder, um die sich dieser Kanal ja hauptsächlich kümmert. Musik 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 bietet auch tatsächlich eine tolle Alternative zum Studio. Aber gerade bei den ganzen Isolationsübungen und bei den vielen Winkeln, die man einstellen kann, da kommt eine Schwäche rein. Das heißt, Brust okay. Bei dem Rücken sieht es schon ein bisschen besser aus, aber dadurch, dass der Latissimus nicht so richtig vollwertig drin ist, für richtig starke Bodybuilder, ist es natürlich auch nur bedingt genießbar. Könnt ihr noch irgendwo Klimmzüge zusätzlich machen, toll. Alle möglichen Ruderübungen und auch Isolation geht hiermit wirklich gut. Bei den Beinen sind wir schon am weitesten eingeschränkt. Da können wir natürlich Grundübungen machen, wie Ausfallschritte, Bulgarian Split Squats oder natürlich Squats. Aber viele von euch werden da auch ein relativ großes Gewicht benutzen. Und weil keine Isolation möglich ist, fallen hier sehr viele Sachen aus. Die Beineinheit würde ich tatsächlich als fortgeschrittener Bodybuilder weiterhin im Studio machen. Außer ihr wollt mal nur zwischen den Trainingseinheiten ein paar Kniebeugen einlegen. Dadurch, dass man auch keinen Stützpolster hat, ist der Rücken natürlich ein bisschen eingeschränkter damit nutzbar. Auch das würde mir fehlen bei einem kompletten Rückentraining. Und was man als Bodybuilder am besten damit machen kann, nun ja, abgesehen von den Muskelgruppen, alle Formen von Intensivtechniken. Wer von euch selten nur noch einen Muskelkater spürt, in der Schulter, im Trizeps oder im Bizeps, viele von euch haben ein Problem, im Bizeps Muskelkater zu bekommen. Ich weiß, Muskelkater hin oder her. Aber damit zu merken, ich habe wirklich was getan. Hiermit garantiert. Durch die ganzen Modi, die ihr drin habt mit dem Spotter, aber natürlich auch mit Kette und Exzenter, bietet es einen komplett neuen Trainingsreiz. Und das ist eine ganze Menge wert. Und nun kommen wir endlich zum großen Fazit. Nach zwei Wochen, die ich dieses Gerät getestet habe. Wenn ihr es wünscht, kann ich auch mal einen Langzeittest machen. Denn ich werde es sicherlich überraschenderweise auch in meinem Trainingsalltag nun integrieren. Und vielleicht nach vier bis sechs Monaten noch mal ein Video dazu machen. Die Strong Points sind definitiv, dass sich dieses Gerät überraschenderweise sogar in einem perfekt ausgestatteten Gym, das, wo ich sonst immer meine Videos drehe, auch einen Platz sichern könnte. Dadurch, dass es einfach dieses elektronische Gewicht hat. Ich kann es nicht oft genug betonen, das ist so ein Game Changer, dass so ein Gerät sicherlich auch Platz finden würde dort und ziemlich beliebt sein würde. Dadurch sind natürlich die Intensivtechniken besonders der Hammer. Ich habe mich richtig drin verliebt und finde es so schade, dass ich einen solchen Reiz setze, dass ich dann erst nach einigen Tagen wieder den Bizeps, Trizeps oder auch die Schultern trainieren kann, weil es so viel Spaß macht und weil ich das in tatsächlich 25 Trainingsjahren noch nicht so erlebt habe. Wahnsinn! Ebenfalls ein weiterer Strong Point ist, dass diese hohen Gewichte möglich sind. 50 Kilo pro Seite, 100 Kilo damit insgesamt. Das finde ich ist schon eine ganze Menge. Und natürlich ein absoluter Vorteil ist, wie flexibel dieses Gerät und wie kompakt es ist. Es nimmt sehr wenig Raum ein. Ihr könnt es jederzeit wegschieben, hinschieben, Kabuff abstellen, was auch immer und dann einfach nur ausklappen. Und das ist wirklich klasse, dass ihr da so viele Trainingsmöglichkeiten habt, statt Kurzhanteln, Bänder, sonst was und alles aufbauen müsst. Wer das Unboxing verfolgt hat, der weiß, dass ich es auch erwähnen muss, wie schnell das Ganze aufgebaut ist. Wer mal eine dringende Trainingseinheit nötig hat und weiß, oh, in drei Tagen muss ich das machen, komme nicht dazu, anrufen, bestellen, wird geliefert, 15 Minuten später trainieren. Booster vorher trinken und danach geht's los. Und dann natürlich, vielmals erwähnt, das Interface. Besonders für Trainingsanfänger eine tolle Sache. Alle anderen werden sich wahrscheinlich mehr in der Option freier Aufzug aufhalten. Aber für Trainingsanfänger und für solche, die nur gelegentlich trainieren, Gold wert, dass man hier einfach alles drin hat und nicht mehr gleichzeitig YouTube-Videos gucken muss. Kommen wir jetzt aber auch zu den negativen Punkten. Wie bereits schon erwähnt, sind die Winkel der Kabel teilweise nicht so optimal. Wäre hier natürlich noch ein langer Arm dran, dann könnte man Kabelzüge gerade für die Brust wesentlich besser nutzen. Ja, das ist dem Kompakten sicherlich irgendwo geschuldet, aber ich mache hier nicht gerne eine Isolationsübung, wo das Kabel immer wieder an meine Arme kommt oder könnte es nur in diesem Bereich hier machen. Ansonsten natürlich einarme ich das Ganze in der Variante. Auch dazu kann ich noch ein Video machen, wo ich mal die besten Übungen damit zeige. Ebenfalls kleiner Nachteil, kein Brustpolster für das Rückentraining und größerer Nachteil für das Rückentraining, Lattzug im schwereren Bereich ebenfalls nicht möglich, weil man sonst mit dem Körper hochgehoben wird. Ich wiege keine 100 Kilo, das heißt, wenn ich wirklich 50 Kilo pro Seite dran habe, dann ziehe ich mich eher nach oben. Auch wenn es aus einem Vorteil entspringt, muss man es erwähnen. Dadurch, dass es so flexibel ist und überall hinrollbar ist, ist natürlich ein kleiner Nachteil, dass es nicht befestigt ist und dadurch muss man ein wenig aufpassen. Zu der Langlebigkeit kann ich wenig sagen. Ob sich jetzt Dinge relativ schnell abnutzen, ob dann mal irgendetwas kaputt geht, das weiß ich nicht. Das möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Das könnten wir mal irgendwann testen in sechs Monaten. Wo man auch noch merkt, dass da eine richtige Schwäche ist, ist die Übersetzung ins Deutsche. Oh mein Gott, da kann man schon teilweise echt ein bisschen lachen, wenn man sieht, wie manche Sachen übersetzt worden sind. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Ich weiß nicht, welches Programm das Ganze ins Deutsche übersetzt hat. Aber zum Glück kommt man trotzdem mit allem zurecht. Insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei 3.000 Dollar wirklich krass. Auf kleinen Raum für 3.000 Dollar alles zu haben, das, finde ich, ist schon eine super Variante, wenn man weiß, dass man über Jahre mit so einem Gerät wirklich gerne trainieren möchte. Und wer darauf noch ein bisschen was sparen möchte, unten findet ihr natürlich dank der Kooperation einen Code, mit dem ihr das Ganze auch noch günstiger bekommt. Also für alle, die im Haushalt mehrere Leute haben, die so etwas nutzen, von Trainingsanfängern bis zu denen, die regelmäßig ins Gym gehen, sicherlich Gold wert. Die einen bleiben zu Hause und trainieren nur damit und man kann sie damit ein bisschen motivieren. Die anderen können mal auf eine andere Art trainieren und sich vielleicht ein bis zwei Trainingseinheiten pro Woche sparen, weil sie Schultern und Arme hier lieber trainieren. Ansonsten, wer gerade eine raue Faser hat, der kann natürlich hier jederzeit ein paar Kniebeugen machen, Rücken machen, Brust machen und so weiter und muss dafür nicht ins Gym gehen. Und für diejenigen, die wirklich nach Jahre, Jahrzehnte lang im Training gerne mal immer wieder was Neues ausprobieren, ist es wirklich toll, mit dem elektronischen Gewicht zu arbeiten. Wem das Ganze gefallen hat, der lässt mir natürlich wieder ein Like da und schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr von so einem, von diesem Gerät haltet. Was würde euch daran interessieren? Was würde euch dazu bewegen, so etwas nach Hause zu bringen? Und schreibt mir, nicht vergessen, dazu auch mal euren Trainingsstatus. Was würde euch als fortgeschrittener Bodybuilder interessieren, so etwas mal auszuprobieren? Bin ich gespannt. Auch ich hätte nicht gedacht, dass ich das in meinem Trainingsalltag etablieren könnte. Wer jetzt mal sehen möchte, was man allerdings auch so zu Hause mit Bändern und mit Kurzhanteln machen kann, der schaut direkt hier weiter. Ansonsten abonniert den Kanal, verpasst kein Video mehr, schaut euch auch mal die anderen Videos an und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für weitere Videoserien sehen wollt. Das war's dann jetzt von mir. Macht's gut, und bis bald, euer Gotti.